Ganz toll, dass er eure Söhne endlich als beste Kumpels hat. Hey Leute, Battes schläft. So ne Dumpfbacke. Ey, ich kenn da nen geilen Trick. Wenn jemand schläft, nimmt man ein Glas mit warmem Wasser und steckt seine Hand hinein. Und was dann? Und dann pinkelt man ihn an. Nein, Alter, wenn man die Hand ins warme Wasser steckt, pinkeln sie sich selbst an. Oh, echt? Ist ja auch egal.